Hallo und willkommen zur Präsentation, in der wir über die ASEA-Chance sprechen werden. Ein Fakt ist, dass mit jedem großen Durchbruch eine massive Chance kommt und desto größer der Durchbruch, desto größer die Chance. Daher betrachte die ASEA-Redoxignal-Technologie. Viele Experten nennen sie den wohl größten Gesundheits-, Sport- und Anti-Aging-Durchbruch unserer Zeit. Eine Technologie, die ASEA und Reno28 geschaffen hat. Zwei lebensverändernde Produkte, welche die powervollen Redoxignal-Moleküle liefert. Eine von innen nach außen und die andere von außen nach innen. Eine Technologie, die eine ganz neue Kategorie geschaffen hat und eine Klasse an Produkten, die keinen Wettbewerb oder Nachahmer besitzt. All das sollte einen Hinweis auf die enorme finanzielle Chance geben. An diesem Punkt möchte ich gerne ein wenig mehr über das ASEA-Unternehmen erzählen und wie alles begann. Es begann mit den ASEA-Gründern Verdi's und Tyler Norton und James Peck, die eine vielversprechende, aber unvollendete Technologie von einem kriselnden Biotech-Unternehmen kauften. Dies war eine reine Geschäftsidee mit dem Endziel, es an ein pharmazeutisches Unternehmen zu verkaufen. Sie brachten mit einem Atommedizin-Physiker, mit Namen Dr. Gary Samuelsson, diese Technologie auf ein neues Level und Dr. Samuelsson erreichte bald den größten Durchbruch von allen, als er entdeckte, wie man diese freien, sehr flüchtigen Moleküle stabilisiert. Im vollen Bewusstsein, dass dieses Produkt sicher war und keinerlei Toxizität beinhaltete, wollten sie sehen, ob Personen die Moleküle trinken würden. Daher starteten sie mit einer kleinen Testgruppe von 40 Personen und als sie zwei Monate später zurückkamen, waren sie erstaunt zu entdecken, dass die 40-Personen-Testgruppe auf 135 Personen in 20 verschiedenen Ländern angewachsen war. Viele dieser Personen erlebten enorme lebensverändernde Verbesserungen durch diese bemerkenswerte Technologie. In der Zwischenzeit wollte ein pharmazeutisches Unternehmen, das die Power von Redoxignalmolekülen verstand und legte einen Multimillionen-Dollar-Scheck auf den Schreibtisch. Mit einer Bedingung, jede einzelne Person, die diese Moleküle trank, sollte damit aufhören. Das führte zu einem ernsten Dilemma für Verdi, Styler und Jim. Im Bewusstsein, wie diese Technologie gerade Leben beeinflusste, begannen sie eine echte Verantwortung gegenüber den Menschen zu fühlen und ihnen weiterhin zu ermöglichen, das Produkt zu trinken. Ein echtes Gefühl der Verpflichtung wurde in ihnen gerührt, dass die Welt über diese powervolle Redoxignaltechnologie erfahren muss, die jetzt existiert. Und daher haben diese Männer mit Prinzipien und Vorsätzen Nein zu der Auszahlung und Ja zu den Menschen gesagt. Was als reine Geschäftsstrategie begann, wurde bald zu einem Vorhaben, Leben auf der ganzen Welt zu verändern. ASEA war geboren. Jetzt lasst uns einen Blick auf das Geschäftsmodell, das ASEA ausgewählt hat, werfen, um diese bahnbrechende Technologie auf den Markt zu bringen. Wusstest du, dass 70% der Amerikaner sehr gerne ihr eigener Chef sein würden? Und was sind die Möglichkeiten? Ein bestehendes Unternehmen oder ein Franchise zu kaufen, kann sehr teuer sein. Und ein Unternehmen von Beginn an aufzubauen oder in ein neues zu investieren, beinhaltet ein erhebliches Risiko des Scheiterns. Es gibt jedoch eine Industrie, die einer durchschnittlichen Person ermöglicht, ihr eigener Chef zu sein und mit sehr geringen Anfangs- und sehr geringen laufenden Kosten sogar Teilzeit um einen vollen Terminkalender herum ein Geschäft aufzubauen und ein spannendes, sechsstelliges, passives Einkommen zu erzielen. Und dieses Geschäft ist Network Marketing. Network Marketing ermöglicht jedem Einzelnen ein Vertriebsnetzwerk von gleichgesinnten Personen aufzubauen, die sowohl die Produkte gerne für sich selbst nutzen, als auch diese und das Unternehmen anderen empfehlen. Dabei nutzen sie die älteste und effektivste Form von Werbung, die die Menschheit kennt. Empfehlungsmarketing. Und diese Idee, ein Team aufzubauen, bringt uns zu dem Konzept der Hebelwirkung, einer der wichtigsten Vermögenskonzepte für Vermögensaufbau. Amerikas erster Milliardär J. Paul Getty sagte einmal, ich würde lieber 1% der Leistungen von 100 Personen erhalten, als 100% meiner eigenen. Bestseller-Autor Robert Kiyosaki drückte es so aus. Die vermögendsten Personen der Welt bauen Netzwerke, während andere nach Arbeit suchen. Nun liegt's an dir. Neugierig über ASEAS Redox Signal Molekül Technologie? Du teilst es mit einigen Personen und die wiederum können es mit anderen teilen. Mit der Zeit wirst du ein größeres Team aufbauen. Und alles geht darum, dass viele Leute etwas tun. Stelle dir die Hebelkraft vor, die du mit einem Team von nur 40 Personen erleben kannst. Wenn jeder nur eine Stunde am Tag arbeitet, hast du nun ein Team, welches 40 Stunden pro Tag arbeitet. Egal wie hart du arbeitest, es ist unmöglich für dich täglich 40 Stunden zu arbeiten. Das ist die Power von Hebelwirkung. Und in ASEAS kannst du ein Team aufbauen, so groß wie du es möchtest. Stelle dir vor, du erhältst Provisionen von einem Team von 100 Mitarbeitern. Oder von 1000 Mitarbeitern. Oder sogar mehr. Bei ASEAS gibt es keine Deckelung deines Einkommens. Das ist auch der Grund, warum die Branche bekannt ist für ihre mehrfachen 6- oder 7-stelligen Einkommen. Ein weiterer spannender Aspekt des ASEAS Geschäftsmodells ist die Möglichkeit, passives Einkommen zu erhalten. Hey, wir alle bekommen regelmäßig passiv Rechnungen. Warum nicht passiv Einkommen verdienen? Die Wahrheit ist, die meisten Menschen haben einfach nie passives Einkommen erlebt. Die bestehenden Möglichkeiten benötigen entweder zu viel Talent oder zu viel Geld. Mit ASEAS kannst du die Arbeit einmal machen und wir es fortlaufen Monat für Monat, Jahr für Jahr dafür bezahlt. Der Schlüssel für ASEAS passives Einkommen ist ein Verbrauchsprodukt, das große Auswirkungen hat ohne Wettbewerb. Keine Nachahmer. Wenn deine Mitarbeiter und Kunden mögen, was diese powervollen Moleküle für sie tun, müssen sie wieder zu ASEAS zurückkommen. Es ist wie, wenn du der Besitzer der einzigen Tankstelle in deiner Heimatstadt bist. Um das Ganze einfach einmal in Zahlen auszudrücken, wusstest du, dass um 1000 Dollar monatlich fortlaufendes passives Einkommen zu verdienen, du 400.000 Dollar auf deinem Bankkonto zu 3% Zinsen haben müsstest? Sei dir bewusst, passives Einkommen ist powervolles Einkommen. Mit ASEAS kannst du dein Geschäft lokal aufbauen und zusehen, wie es national wächst und schließlich sich global in jedem Land, in dem es für ASEAS geöffnet ist, vergrößert. Obwohl es ein relativ junges Unternehmen ist, sind wir derzeit in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko, vielen europäischen Ländern und seit kurzem auch in Australien und Neuseeland. Und mit dem Vorhaben, dass ASEAS weltweit in Rekordzeit vertrieben werden soll, so wird auch unsere Expansion weitergehen und deine Chance, weltweites Einkommen zu verdienen, wachsen. Zusammenfassend ermöglicht dir das ASEAS-Geschäft, passives Einkommen durch Hebelkraft zu erleben, sozusagen über dich hinaus zu verdienen. Die Power von passiven Einkommen, in dem du immer und immer wieder bezahlt wirst. Und die Power von globalem Einkommen, bei dem du lokal beginnst und dich national ausweitest und schließlich sogar weltweit vertreten bist. ASEAS bedeutet Business. Großes Business. Obwohl es offiziell nur etwa fünf Jahre alt ist, besitzt ASEAS seine Produktionsstätte, die auf dem neuesten Stand der Technik ist. Sie haben zwölf Vertriebszentren, die für 25 Märkte und mehr sorgen. ASEAS setzte 2014 70 Millionen Dollar Umsatz um. Insgesamt sind es seit Bestehen der Firma zusammengenommen 225 Millionen Dollar mit über 150.000 Mitarbeitern und Kunden, die sich diese großartige Firma ausgewählt haben. Du wirst feststellen, dass ASEAS ein sehr gut geführtes Unternehmen ist, mit einer sehr erfahrenen Unternehmensleitung. Die Firma war profitabel vom ersten Jahr an und sie hat keinerlei Kredite. Frage dich selbst, ist das die Art von Partner, mit der du gerne ein Geschäft aufbauen würdest? Wie ich bereits sagte, ist ASEAS Produktionsstätte 100% in ihrem Eigentum und wird von ASEAS geführt. Es ist eine Klasse für sich, mit neuster Technik und der weltweit einzige Ort, an dem diese stabilen und powervollen Redox-Signalmoleküle hergestellt werden können. Sicher hast du schon davon gehört, dass der Zeitpunkt entscheidend ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass du dir im Klaren bist, wie früh du von dieser bemerkenswerten Chance gehört hast. 100 Millionen Dollar im Jahr Umsatz ist der typische Auslöser für eine Firma, um in ein Momentum zu kommen. Mit unserem beinahe 100 Millionen Dollar Umsatz im Jahr rückt der Zeitpunkt immer näher und es ist die perfekte Gelegenheit, die Chance zu ergreifen, sich an die Arbeit zu machen und ein stabiles Unternehmen aufzubauen. Mit über 2500 Unternehmen in Network Marketing und Direktverkauf hat man eine Menge Chancen, aus denen man auswählen kann. Jedoch lass mich eine Frage stellen. Willst du am Ende der letzten Welle sein oder beim Beginn der nächsten? Möchtest du über eine neu verpackte Version von 1001 anderer Produkte sprechen oder möchtest du über eine Geschichte sprechen, die nie zuvor erzählt wurde? Die Geschichte von Redox-Signalmolekülen, ASEA und Reno28 sind buchstäblich eine eigene Kategorie. Produkte, die für sich alleine stehen. Natürlich auch deshalb, weil unsere Redox-Technologie stark patentiert ist und wir keinen Wettbewerb haben, keine Nachahmer. Wenn wir über die Chance sprechen, dann haben wir bisher noch gar nicht über den Vergütungsplan gesprochen. Unser Vergütungsplan ist fair, großzügig und hat etwas für jeden, ob es sofortiges Teilzeiteinkommen ist oder Vollzeiteinkommen oder darüber hinaus. Ich habe eine separate Präsentation vorbereitet, die ins Detail geht, wie wir bezahlt werden. Du wirst entdecken, egal ob du nach einem Teilzeiteinkommen, Vollzeiteinkommen oder sogar nach Vermögensaufbau durch passives Einkommen strebst, es ist alles möglich mit dem ASEA-Vergütungsplan. Tatsache ist, dass über die letzten Jahre ASEA über 100 Millionen Dollar in Provisionen an tausende von Mitarbeitern ausbezahlt hat. Einkommen, die stellvertretend stehen für Autoleasing, Hypothekenzahlungen, Universitätsausbildungen, Vollzeiteinkommen ersetzt haben, sogar das von Rechtsanwälten, Doktoren, Chirurgen und darüber hinaus. Tatsächlich wurden einige unserer Triple Diamonds Mitglied unseres Millionen-Dollar-Clubs. Was auch immer deine Ziele sind, wir möchten dich einladen, dein Einkommenspotenzial mit ASEA zu entdecken. Zusammenfassend, unsere Redox-Signal-Technologien ist an der Spitze von drei massiven Industrien. ASEA hat eine großartige Auswirkung auf Gesundheit, Wellness und die Sportindustrie, während Reno28 starke Auswirkungen auf die wachsende Anti-Aging-Hautpflegebranche hat. Und dank unserer Technologie, die stark patentiert ist, haben wir natürlich keine Wettbewerber und keine Nachahmer. Und die Wahrheit ist, dass wir gerade erst gestartet haben. Die überwiegende Mehrheit der Menschen haben immer noch nichts über ASEA oder Reno28 gehört. Aber sie werden hören. Die einzige Frage ist, wer wird von wem darüber hören? Wo siehst du dich selbst als einen Kunden, der besser aussehen möchte, der sich besser fühlen möchte, der seine sportliche Leistung verbessern möchte? Oder vielleicht bist du interessiert, deine eigene Reichweite auszudehnen und ein signifikantes Teilzeit- oder Vollzeiteinkommen zu verdienen, während du das Leben anderer großartig positiv beeinflusst? Als ASEA-Mitarbeiter zu starten, könnte nicht einfacher sein. Einfach die Team-ASEA.com-Webseite der Person, die die ASEA vorgestellt hat, besuchen. Klicke den Jetzt-Mitmachen-Button, wähle das Land mit deinem Wohnsitz und gehe durch die kurze Online-Registration. Für eine geringe Gebühr bekommst du deine eigene Team-ASEA-Website, ein informatives Back-Office, das dir hilft, dein Geschäft zu betreuen, während es wächst. Und bist vergütungsberechtigt. Der nächste Schritt wäre, dein Geschäft zu aktivieren mit einer Einmalbestellung. Wenn dein Budget straff ist, kannst du zwischen ein oder zwei Kisten ASEA oder Reno28 wählen. Wenn es jedoch deine Finanzen erlauben, empfehlen wir dir absolut, die vergünstigten Vierer- oder Achterkisten zu bestellen. Weil viele Mitarbeiter festgestellt haben, dass ihre Kisten wieder verkauft waren, bevor sie ihre eigenen erhielten. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass es diese Vergünstigungen nur bei der Anfangsbestellung gibt. Um dann aktiv in deinem Geschäft zu bleiben, brauchst du nur einen sehr einfachen, benutzerfreundlichen Einkisten-Autoship einrichten, der jederzeit storniert werden kann. Dieses Produkt ist für deinen Eingebrauch, deiner Familie oder sogar zum Verkauf. Das liegt an dir. Dann steig in die Trainings ein und höre dir die Support-Calls an und lerne die einfachen Fähigkeiten, die dir helfen wären, effektiv den bemerkenswerten Redox-Durchbruch und die Chance mit anderen zu teilen. Bevor ich die Präsentation beende, möchte ich dir noch die Bonus-Kisten-Promotion vorstellen. Wenn du mit einer Erstbestellung eingeschrieben bist und auch einen Autoship eingerichtet hast, der im nächsten Monat losgeht, nach drei erfolgreichen Autoships bist du berechtigt, eine Gratiskiste von ASEA zu erhalten. Alles, was du bezahlen musst, sind Versand und Steuer. Natürlich ist unser Autoship-Programm sehr benutzerfreundlich und kann jederzeit storniert werden. Ich möchte mich bei dir für deine Zeit bedanken und dass du mehr über die ASEA-Chance lernen möchtest. Wie der berühmte Business-Stratege Peter Drucker einmal sagte, der beste Weg, die Zukunft zu bestimmen, ist, sie selbst zu gestalten. Bei ASEA verdienst du deinen Lebensunterhalt, während du bei anderen Gutes bewirkst, wo die Größe deiner Provision eine Reflexion dessen ist, wie du das Leben anderer verbessert hast. Wenn du bereit bist, besser auszusehen und dich besser zu fühlen als je zuvor und die Kontrolle über deine finanzielle Zukunft übernehmen möchtest, dann möchte ich dich herzlich willkommen heißen an Bord von ASEA.